Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des KOMMSILVA-Podcasts mit Eva Tendler und Benzi Koller. Wie versprochen, mitten wir unsere nächsten fünf Minuten dem Thema Zielgruppen. Oh, Zielgruppen, was ist denn das eigentlich? Und vor allen Dingen, warum befassen wir uns in der Waldbesitzeransprache denn mit Zielgruppen? Die Aufteilung Zielgruppen hilft dir, deiner Kommunikation konkrete Ziele zu geben. Wie wir gleich merken werden, sind Zielgruppen eine willkürliche Einteilung bestimmter Eigenschaften. Typen. Also willkürlich so wie die klischeehafte Einteilung in Schubladendenken, oder? Ja und nein. Wir alle versuchen gerne, die Menschen, die uns begegnen, einzuordnen, zu klassifizieren. Ob das jetzt nach dem Aussehen ist oder nach Eigenschaften oder dem Berufsstand. Wenn ich aber in der Kommunikation von Zielgruppen spreche, gehe es mir darum, meine Kunden, meine Mitglieder besser zu verstehen. Und je besser ich die Waldbesitzer verstehe und kenne, desto leichter fällt es mir dann auch, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Ganz genau und entsprechende Dienstleistungen zu entwickeln. Wenn ich mein Leistungsspektrum erweitern oder einfach nur einen breiteren Personenkreis attraktiv machen möchte, ist es sinnvoll, sich Gedanken über mögliche Zielgruppen zu machen. So und jetzt verrat mir mal, wie man bitte Zielgruppen identifiziert. Indem du Typen bildest. Zum Beispiel nach deren Erwartungen oder Interessen. Wichtig ist hier, zu diesem Zeitpunkt mal noch nicht an deine Vorstellung über mögliche Angebote nachzudenken. Die Möglichkeiten, Typen zu bilden, ist eigentlich endlos. Generell kann man aber zum Beispiel eine Einteilung vornehmen über Strukturdaten. Das sind Wohnort, Geschlecht, Waldbesitzgröße. Die letzte Maßnahme, die stattgefunden hat im Wald. Oder ich mache es mir ein bisschen leichter. Aber es gibt ja auch schon ein paar voridentifizierte Zielgruppen, die man aus der Literatur zum Beispiel kennt. So werden wir in den nächsten ComSilver-Podcast auch ein paar Zielgruppen vorstellen. Wir gehen auf urbane Waldbesitzer ein. Wir stellen die Zielgruppe der Waldbesitzerinnen vor oder auch die Walderben. Die eigenen Überlegungen sind natürlich für meine Umgebung Gold wert. Aber auch der längere Weg. Wenn ich selbst Zielgruppen identifiziere, sollte ich diese aber auch prüfen. Und wie prüfe ich die? Das ist gar nicht schwer. Ich kann zunächst mit einem Kollegen oder einem Bekannten aus der Branche mich austauschen und herausfinden, ob es da ähnliche Beobachtungen, Erfahrungen gibt. Und dann, das ist sehr wichtig, vor allen Dingen, wenn man mit einer Zielgruppe arbeiten möchte, die man noch nicht so gut kennt, einfach Leute außerhalb der Branche fragen. Oh, da kenne ich aber noch andere gute Ratgeber. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Partner rede, mit Nachbarn oder auf Blut auch mit meinen Nichten oder Neffen oder wem auch immer. Einfach mit Leuten, die nicht in dieser Forstbranche drin sind. Und wenn ich mit denen gerade im Gespräch bin, dann bekomme ich auch ganz viele neue Infos, die ich bis jetzt so nicht hatte. Und das ist auf jeden Fall total wichtig, denn im nächsten Schritt geht es darum, rauszubekommen, was meine Zielgruppe von mir braucht. Hier ist es besonders wichtig, anhand der gewonnenen Informationen zu überlegen, welche persönlichen Anforderungen und Erwartungen gestellt werden. Okay, bei diesen persönlichen Erwartungen und Anforderungen muss ich aber ganz schön aufpassen, weil ich da auch sehr schnell in meine eigene, doch sehr forstwirtschaftlich geprägte Denkweise rutschen kann, oder? Und das ist eine wirklich große Hürde. Damit tun wir uns alle schwer. Ich muss richtig tief in die Rolle eines Gegenübers schlüpfen können. Und wenn ich in die Rolle meines Gegenübers schlüpfe, dann darf ich natürlich auch nicht davon ausgehen, dass meine Wahrnehmung auch immer der Wahrnehmung meiner Zielgruppe entspricht. Das ist ein wirklich guter Tipp. Wenn ich das alles gemacht habe, kann ich dann anfangen, entsprechende Angebote zu entwickeln. Das können auch Kleinigkeiten sein. Lass mir mal ein Beispiel geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Sprechzeit habe für Berufstätige, also nach Feierabend, dann kann ich über diese Sprechzeit online informieren, oder? Ja. Man kann aber auch vielschichtige Strategien für eine Zielgruppe entwickeln, wie wir am Beispiel die nächste Generation hören werden. Die nächste Generation. Jetzt bin ich neugierig. Meine Überlegung ist hier, viele meiner Mitglieder werden in den nächsten Jahren ihren Wald altersbedingt vererben. Auch anderen Waldbesitzer in der Umgebung würde es so gehen. Okay, andere Waldbesitzer aus meiner Umgebung, das sind eine Menge Waldbesitzer, also eine Menge Walderben, die dahinter stecken. Walderben, das könnte eine interessante Zielgruppe sein, oder? Ja, das denke ich auch. Wenn ich jetzt allerdings auf die Uhr sehe, werden wir erst in der nächsten Folge tiefer in das Beispiel einsteigen. Für heute danken wir erst einmal fürs Zuhören und denken Sie daran, egal in welcher Zielgruppe, die Waldbesitzer sind überall. Immer diese Cliffhanger. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020